Ja, super Ball. Ich glaube, das ist das Optimale für meinen Sohn. Ich glaube, das können wir gut gebrauchen. Fabel, was kostet der Ball? 20 Euro. 20 Euro ist gemacht. Ich bezahle mit Blüdenschein. Ist das okay? Kannst du gerne machen. Mit Blüdenschein einmal bezahlen. Ey, passt am Start. Guck mal, sehr gut. Da haben wir ihn schon. 25 Euro habe ich drauf. 20 Euro musst du bezahlen. So, warum brauchen wir ihn nicht? Und dann sind wir fertig. Ja, vielen Dank.